hi okay hallo und herzlich willkommen wieder nach fünf jahren ich muss meine zimmertür zu machen das ist mir unangenehm nach fünf jahren auch mal wieder ein video auf meinem vlog kanal es tut mir übel leid ich hatte bloß gerade so eine kurze zeit lang also sehr lange kein bock jetzt versuche ich aber wieder ein bisschen regelmäßiger zu flotten und ich habe mir gedacht ich fahre nämlich nach köln zum cst nach köln und ich nehme euch mit es sind irgendwie 200.000 leute in köln die ich kenne ich habe das gefühl in köln sind mehr als in münchen das ding ist es ist halb fünf und wir fahren um sieben los also 19 uhr dann kommen wir erst um ein uhr nachts an und morgen ist direkt die parade und dann fahren wir nach der parade wieder mit dem zug zurück nice deswegen brauche ich nur einen koffer und da habe ich einfach alles rein so das wichtigste utensil hauptsache es ist geil jetzt ist die frage nehme ich eine kurze hose mit oder eine chillige nicht so warme so hose in den beides mit so hier meine normale hose und das war's mehr brauche ich nicht lol fertig jetzt habe ich noch 20 minuten bevor ich los muss ich bin da und ich habe voll die cute bedienung einsteigen mit kamera kann ich machen wir jetzt autoparty nein warum nicht pinkelpause nummer eins und da brauchen wir epische freis wenn das lausige age kriegt zuschauer auch rauchende baby sie werden nicht verwirrt ihr müssen fertig sowohl öffnen und die spiele mit v-girl-o-walt werden puttenkopf wird es los packt ich steh auf der floh und bin ein die pause nummer zwei ja ja von tarik pinkelpause nummer drei toll schön hier super schön pinkelpause nummer vier ok jetzt gehen weiter wir sind da habe ich eigentlich schon mal erwähnt wie nett wer ja eigentlich ist die lässt uns einfach allein in ihrer wohnung nein auf jeden fall dickes schau dort an weyer guck mal 10 10 hat sie mir sogar auch auch hier gelassen wir gehen jetzt schlafen und dann sehen wir uns morgen so wie geht es frühstücken es ist eine neue tag angebrochen ich hasse vloggen irgendwie ist das ich werde immer noch nicht ich bin einfach nicht gut darin so guck mich so genervt wir haben gerade alle ein erkennungszeichen bekommen von robben danke robben zeig mal her wir sagen jetzt gehen wir los oder wir gehen jetzt erst wir gehen jetzt los wir gehen jetzt erst noch bezahlen und dann aufs klo und dann gehen wir los wir gehen jetzt wir gehen jetzt ein wir hier ein wir wir er wir Musik Das ist ein bisschen zu sehen. Oh Gott! Oh Gott! Oh, das ist K. Das ist ein bisschen zu sehen. Okay, das ist ein bisschen zu sehen. Oh Gott! Musik Ok, was haben wir denn jetzt? Müll Ja true, hier kommt man gar nicht mehr mit, so mit Müll und so Ich glaube das ist jetzt an der Zeit diesen Vlog zu beenden Nice, du hast richtig gebraucht Ich weiß nicht was ich sagen soll Es war auf jeden Fall ein cooler Tag, so wie morgen wieder nach Hause Ich habe übel viele Leute getroffen und mich echt sehr gefreut Grüße gehen raus und alle die ich getroffen habe Ok, tschüss!